Möchten Sie Ihrem Neugeborenen nachts stets nahe sein, ist das beste Beistellbett hier für bestens geeignet. Neben dem eigentlichen Komfort erschweren vor allem das Material, der Lattenrost und Matratze sowie mögliches Zubehör die Kaufentscheidung. Hallo, heute sprechen wir über den Top 5 besten Beistellbetten-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen. Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Siebt platziert ist das Maxi-Cosi-Beistellbett. Dieses Modell ist sehr praktisch auf Freisen, da Sie dies sehr klein falten können. Das Beistellbett kann auf einer Seite geöffnet werden und ermöglicht so die Nähe zu Ihnen. Sie können aus drei Farben die passende auswählen. Sie können dieses Modell nutzen, bis Ihr Baby ein Gewicht von 9 kg erreicht hat. Durch die Möglichkeit das Beistellbett zu schließen, können Sie dies auch als Wiege benutzen. In der Anschaffung ist das Beistellbett zu einem fairen Preis erhältlich. Die Matratze ist hier im Preis inbegriffen. Nachteilig ist, dass das Beistellbett nicht in der Höhe verstellbar ist. Daher sollten Sie vor dem Kaufen unbedingt überprüfen, ob das Modell die passende Höhe für Ihr Bett hat. Rollen sind leider nicht verfügbar, wodurch Sie das Beistellbett nicht verschieben können. Zudem ist das Beistellbett nicht sehr robust, da dies Ausstoff ist. Bei Nummer 2 Auf Platz 2 ist das Kinderkraft Beistellbett fürs Baby. Dieses Modell kann in der Höhe verstellt werden und somit ideal an die Höhe Ihres Bettes angepasst werden. Aus vier Farben und drei Designs können Sie bei diesem Modell auswählen, welche passend für Sie ist. Sie können das Beistellbett auf einer Seite öffnen und schließen. Somit eignet sich das Modell zusätzlich als Wiege. Um dieses Modell als Beistellbett zu nutzen, können Sie per Reißverschluss eine Seite öffnen und am Bett befestigen. Durch die Netzeinsätze erfolgt ein ausreichender Luftaustausch. Im Lieferumfang ist eine Matratze enthalten, welche ergonomischer ist. Hier können Sie den Bezug entfernen und in der Maschine waschen. Das Bett eignet sich für Neugeborene und Babys bis zu sechs Monaten. Praktisch ist, dass das Beistellbett rollen hat und somit leicht in der Wohnung verschoben werden kann. In der Anschaffung ist das Beistellbett sehr günstig erhältlich. Auf Nummer 4 Auf dem sechsten Platz ist das BBB-Beistellbett. Dieses Modell ist aus Holz und kann mit bis zu 150 kg belastet werden. Praktisch ist, dass Sie das Beistellbett stufenlos verstellen können und somit an alle Betten, inklusive Boxspringbett anpassen können. Sie können wählen, ob Sie das Beistellbett mit oder ohne Matratze bestellen möchten. Zudem stehen Ihnen hier fünf Farben zur Auswahl. Das Beistellbett ist sehr robust und langlebig und bietet dem Baby Sicherheit beim Schlafen. Durch eine spezielle Befestigung kann das Modell an Ihrem Bett befestigt werden und dem Kind somit Nähe zu Ihnen bieten. Praktisch ist, dass sich das Modell für Babys bis zu 14 Monaten eignet und Sie dies somit sehr lange nutzen können. Für mehr Informationen Schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unsere Liste auf Platz 3 Drittplatziert ist das Roba-Beistellbett, welches sich direkt ab der Geburt eignet. Dieses Modell kann über sechs Stufen in der Höhe verstellt werden. Das Beistellbett ist aus Holz und somit sehr robust. Praktisch ist, dass Sie im Lieferumfang sowohl einen Lattenrost, als auch eine Matratze und Bettwäsche enthalten haben. Zudem verfügte das Beistellbett über einen Himmel, welcher das Schlafen besonders gemütlich macht. Das Beistellbett kann über eine Stoffseite leicht geöffnet und somit mit Ihrem Bett verbunden werden. Über die Rollen, welche sich an der Unterseite befinden, lässt sich das Beistellbett in andere Räume schieben und als Wiegen nutzen. Durch die Größe ist das Beistellbett für Babys bis zu 12 Monaten geeignet. Ihnen stehen hier sieben niedliche Designs zur Verfügung, aus denen Sie das Passende wählen können. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Unser Testsieger ist das Kiko Beistellbett. Dieses Modell eignet sich für Kinder im Alter von 0 bis 6 Monaten. Praktisch ist, dass Sie Ihr Neugeborenes so direkt an das Schlafen im Beistellbett gewöhnen können. In der Höhe ist dieses Modell in sechs Stufen verstellbar und eignet sich daher für fast jedes Bett. Zudem können Sie die Füße einklappen, um das Beistellbett niedriger zu machen. Das Modell verfügt über zwei Rollen und kann daher leicht von Raum zu Raum geschoben werden. Im Lieferumfang ist eine Tasche für den Transport inbegriffen. Das Beistellbett wird mit Matratze geliefert und ist in acht verschiedenen Farben zu einem wirklich fairen Preis erhältlich. Sie können das Beistellbett an der Seite nach Bedarf öffnen und schließen und dieses dadurch auch als Wiege benutzen. Die mitgelieferte Matratze ist atmungsaktiv und hat einen abnehmbaren Bezug, den Sie in der Maschine waschen können. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen, abonnieren unseren YouTube-Kanal.